guten morgen zu einer neuen folge erstmal vorweg es gab leider am sonntag und am dienstag kein video haben wir einfach nicht geschafft hatten eigentlich ein paar sachen in der pipeline die dann am ende aber doch keine vollwertigen videos waren und da haben wir uns dann gesagt sparen wir uns das erstmal auf bis die videos wirklich komplett sind ich wollte noch mal kurz auf das video von donnerstag eingehen wo ich euch gefragt hatte wie ihr das so seht mit livestreams und freitagabend wir haben auf euch ein bisschen gehört wir haben in den kommentaren viel rausgelesen dass ihr zwar tierisch bock auf so ein livestream habt aber wir sollen den freitagabend bei alus lassen so wie er ist genau das haben wir auch getan wir haben keinen livestream gemacht es war ein übelst brutal geiler freitagabend ich denke es waren über 1000 leute da weil es war wirklich richtig voll und deswegen genau so werden wir das auch beihalten und werden einfach gucken dass der freitag so bleibt wie er ist und sind jetzt in die aktive planung wieder für eine talkrunde gegangen wir werden ende des monats noch mal eine talkrunde machen mit haufenweise coolen gästen ich denke mal wir werden das ganze sogar so gestalten dass wir auch ein paar zuschauer einladen können dass ich weiß nicht so 50 bis 100 leute den ganzen noch beise zu können und zugucken können und dann wird das auf jeden fall eine runde und geile sache ja jetzt wieder zurück zum thema wir sind heute bei bk performance und gucken mal wie weit der rolle eigentlich so ist wir sind mal wieder da wegen unserem roller spontaner besuch heute wie in alten zeiten mal wieder zweitakt auf jeden fall cool dass wieder alle so das andere video auch wieder so gefeiert haben wir wirklich wieder viel positives bei was auch extrem cool ist das video wird fortwährend immer weiter geguckt ja es freut mich auch also wirklich immer wieder ich sehe immer wieder neue kommentare neue aufrufe und so und ja es ist halt einfach so unsere jugendzeiten ja die schreiben natürlich viele auch darunter von wegen ist halt ein roller und kein motorrad so macht ja aber nichts weil wir haben ja noch jede menge videos vor uns und vielleicht kann man ja irgendwo auch dann noch mal eine motorrad video integrieren weil wir ja schon mit alles auch ziemlich aktiv im motorrad sport sind und da gibt es bestimmt was so aber jetzt gehen wir mal gucken da sehe ich schon wie maskulin dieser vergaser da raushängt mit filtern ja platzverhältnisse sind natürlich hier begrenzt bei dem monster vergase ich besuche man befindet sich würde ich sagen dann genau können wir mal reingucken können wir mal reingucken also platzverhältnisse sind natürlich erschöpft dann sieht man mal eigentlich das hauptaugenmerk warum wir das ganze gemacht haben ging ja hauptsächlich eigentlich darum dass wir jetzt wo ich hier gerade so sitze ja gucke ich gerade zur sekunde auf was anderes ja das hatte ich ehrlich gesagt schon wieder ganz vergessen wir gehen wir einmal darüber ihr erinnert euch bestimmt r8 plus komplett original von der stange auch ein anderes video wir machen jetzt heute hier mal kleine kleine kleiner rundgang bei benny ist das so laut wenn du ledigst ne mach weiter audi r8 wie turbo heißt hier drunter stecken tatsächlich turbo 1 turbo 2 wir versuchen mal dass sie genau hier kurz eine infokarte sieht mit dem letzten video auch extrem interessant weil das auto einfach so extrem lecker gebaut ist deswegen ist es mir auch einfach direkt gerade wieder ins auge gestochen weil ich weiß nämlich das auto fährt mittlerweile auch ohne große komplikation keine wirklichen kinderkrankheit ich bin eigentlich sehr sehr happy klar wir haben immer noch so bei einem gewissen sachen optimierungsbedarf in dem fall ist es jetzt das kraftstoffsystem was an seine grenzen schlägt wir werden dann jetzt noch die vor förderpumpe von aktuell 0,6 bar ladedruck das fährt damit schon ziemlich beeindruckend okay ich fasse noch mal kurz für für alle zusammen die das letzte video nicht gesehen haben audi r8 v 10 plus kompletter serie motor komplette serienmäßiges getriebe mit komplett eigenbau von euch turbo lader kit genau zwei turbos symmetrisch aufgebaut das heißt der eine lade ist im reverse design der dreht quasi andersrum so dass das ganze hier so symmetrisch aufgebaut werden konnte hier seht ihr zwei wasserladen auf kühler links rechts auch alles eigenbau der wasserkühler dafür ist vorne in der front ja und ja wie ist so sag mal ein bisschen so ein bisschen emotionen wie weit seid ihr so mit abstimmen ja wirklich sehr sehr zufrieden das auto funktioniert eigentlich vom ersten tag an gut man hat erstmal natürlich erstmal beim ersten mal gas geben so ein bisschen ein bisschen bammel funktioniert das hat aber wirklich von auf anhieb funktioniert wir sind die ersten zeiten gefahren das ding 424 300 200 gefahren aber das grenzen schon riesig fährt jetzt aktuell 39 mit zwei personen da fahren wir noch nicht mal stehenden druck sondern steigend mit drehzahl das heißt wir fahren zwar 0,6 bar aber aufbauend mit mehr drehzahl so beginnt mit 04 und fährt dann halt 06 jetzt muss man dazu sagen wenn ich kann in dem fall den laddruck bei diesem auto applizieren weil zusatzsteuergerät genau es ist eco master eine max ecu drin und über die machst du quasi nur die laddruckregelung genau über die mache ich die laddruckregelung über die mache ich die zusatzwasserpumpe für den wasserkreislauf für die für die ladeluftkühler dann haben wir überall sensoren eingebaut um das zu uns zu kontrollieren wie gut das kühlsystem funktioniert sprich wir haben in den ladeluftkühlern im wassertank und im ganzen system sensoren um zu checken wie warm das hier sind und zur sekunde bist du mit dem auto schon 100 200 39 gefahren 39 ja da sieht man halt den vorteil von hubraum plus dsg mehr und natürlich das wird schon krass fahren ja brutal rené und ich haben schon ich glaube mindestens zwei drei vier mal darüber gesprochen wie wir dieses auto am liebsten verfilmen würden wir hatten auch kurzzeitig ja die überlegung du warst ja am freitag mit dem auto schon bei uns war allerdings für mich zeitmäßig gar nicht möglich da überhaupt einmal kurz darauf einzugehen weil es einfach so voll war war uns dann auch zu schade da im dunkeln so ein halbes video machen weil wir würden ja eigentlich schon was richtig cool ist gerne machen reizt mich jetzt natürlich auch zur sekunde wieder sofort damit losfahren aber du sagst du musst am kraftstoffsystem noch genau was es funktioniert es funktioniert aber so ab dem fünften gang oben raus oder sowas dann kommt irgendwann mal ein fehler am fehlerspeicher eintrag dass die kraftstoffpumpe einfach die förderleistung hätte nicht schafft und bevor man jetzt was kaputt macht und machen wir das um wie ist sonst so geräusch das ist gigantisch also wirklich gigantisch also der 10-cylinder in serie klingt brutal du hast jetzt noch die 2 gtx 35 da hinten im heck das ist soundtechnisch knieste dich nieder echt geil können wir vielleicht wenigstens einmal kurz anschmeißen theoretisch kann man das machen ich glaube das würde den leuten jetzt zur sekunde schon reichen als kleine vorfreude auf das video was sie dann in den nächsten zwei wochen irgendwann noch kommen muss ich noch kurz den schlüssel holen dann starten muss ich mir die ohren zu halten er geht schon sportlich aber ich denke du bist das bewohnt mittlerweile ja leider kaltstartphase ist definitiv ein bisschen lauter als serie wobei die definitiv serie schon hölle laut sind und klingt ein bisschen dumpfer was sie gar nicht was sie gar nicht kann man klappen zu machen oder kann sich jetzt schon zu machen ja ich glaube ja jetzt wird es ruhig hier ja ok das ist jetzt natürlich der optimale street modus hier ist super leise ich würde sagen ist sogar leiser wie original guckt euch auf jeden fall das letzte video an da seht ihr nämlich ganz genau wie wenn ihr den auspuff gebaut hat das ist nämlich komplett klappen auspuff mit kammern beziehungsweise wenn klappe auf ist ohne und jetzt ist mit schalldämpfer so aber jetzt kommt das beste ich habe selber auch nicht gehört ich bin mal gespannt was passiert wenn er jetzt ein bisschen gas gibt ich will die klappen aus ich muss das unbedingt mehr hier durchfangen das ist geil ne ich kann auch noch mal klappen das ist geil ne ich kann was man bekommen ich kann es mal machen ich kann es nicht mehr Ja, also ich persönlich fahre jetzt direkt nach Langenhagen und mein Auto zusammenbaut. Nein, geht so schnell leider nicht. Praktisch, das ist halt das geile V10 mit Lada, wie du so richtig hörst, wie das Ding so loslegt. Die Lada, auch dieses aggressive V10-Geräusch da so ein bisschen drin. Voll geil, einfach nichts zu beschreiben. Ich freue mich jetzt umso mehr auf das Video, was wir bald hiermit machen, weil ich denke mal, da wird noch vieles kommen. Jetzt gehen wir mal wieder zurück zu den nackten Tatsachen und gucken uns unser Roller an. So, jetzt nochmal zurück unabgelenkt zu den Tatsachen. Wir wollten an diesem Roller einen neuen Vergaser verbauen. Der alte 28er Kaihin ist raus, jetzt 38er Flachschieber Mikuni Temix. Genau. Dafür, beziehungsweise falsch, zusätzlich hatten wir im letzten Video schon gezeigt, dass der Membranenblock getauscht wird gegen einen größeren. Wie ich sehe, ist das schon erfolgreich auf jeden Fall umgesetzt. Ja, das passt soweit. Auch wenn das wirklich von den Platzverhältnissen hier eng ist. Das ist wirklich richtig, richtig eng, wenn ich hier so reingucke. Also viel mehr wäre da nicht gegangen, weil man darf immer bei diesen Fahrzeugen nicht vergessen, die komplette Schwinge mit Motor federt ja noch ein. Ja. Das heißt, wir brauchen halt hier so und hier drinnen nach oben definitiv jede Menge Platz. Das passt gerade so, aber es passt. Es sieht auf jeden Fall Porno aus. Geil. Ist halt ein Klopper, ne? Ist ein richtiger Klopper. Ja, aber es hätte keinen Sinn gemacht, den Vergaserquerschnitt größer zu wählen, wie die 28 Millimeter, vielleicht 30. Dann kommst du an die Grenzen mit einem Membranblock, weil der klaut dir quasi den ganzen Platz im Motorgehäuse. Und so haben wir halt quasi den Membranblock aus dem Motor rausgeholt. Ist das jetzt so die, ich sag mal, die Idealkombination für diesen Zylinder? Ich würde sagen schon. Oder gäbe es noch was, was noch besser, größer? Nein, also das ist schon so ein Klassiker geworden, sag ich mal, wenn man hier so einen Umbau macht mit dieser Membran. Manche setzen das auch noch direkt ins Kurbelgehäuse quasi ein, also sprich ohne Spacer. Aber mit dieser Methode ist das eigentlich geil. Ich meine, jetzt von hinten kann man so richtig schön hier in diesen Flachschieber reingucken. Und das ist schon, das ist schon groß, ne? Da geht was durch. Vor allem, das Ding wird bestimmt auch so richtig schön schnorcheln beim Gas geben, ne? Ja. Diese Düse hier ist? Das ist die Powerjet-Düse. In dem Falle wäre, also die kann man benutzen. Das ist einfach eine Düse, das ist wie eine zusätzliche Vollgasanreicherung. Die spritzt aber wirklich ein oder saugt sich das über Unterdruck? Ja, das ist eine gute Frage. Wie funktioniert das Prinzip hier? Also ich hätte jetzt gedacht, da die einfach unten mit der Schwimmerkanne verbunden ist, ne? Muss sie ja eigentlich über Unterdruck einfach nur... Eigentlich müsste es ein Unterdrucksystem sein. Da habe ich mich nie wirklich ganz ehrlich gesagt mit auseinandergesetzt. Ich stimme es immer ohne ab. Mach das lieber über die Hauptdüse, in dem Falle. Und dann natürlich klar über Nebendüse, Schiebernadelposition. Wo du gerade Düsen und so sagst, dafür hast du jetzt zum Abstimmen alles da. Habe ich alles für da. Weil aus den letzten 10 Jahren wird sich da wahrscheinlich so viel angesammelt haben, dass wir da Düsen haben, bis der Arzt kommt, ne? Genau. Okay. Das heißt, wir können jetzt theoretisch, nächstes Step ist langsam anfangen mit Leerlauf und so weiter. Genau. Das können wir machen. Dann geht es auf jeden Fall erstmal auf die Straße. Fahreromatik abstimmen. Ein Drehzahlmesser müssen wir, glaube ich, noch nachrüsten. Einmal, ne? Wir hatten wir letztes Mal dran. Allerdings gibt es da keinen Platz, den schön unterzubringen. Deswegen haben wir den einfach nur... Ja, wenigstens einmal fest zum Abstimmen, damit wir die Schaltdrehzahl halt sehen. Damit wir das einmal sauber abstimmen können. So, und genau da sind wir jetzt allerdings an einem Problem angekommen. Leider. Eigentlich sollte heute Morgen der Gastzug hierfür ankommen. Mhm. Der muss neu verlängert werden, anders werden. Genau. Durch die Baugröße vom Vergaser passt das mit der ganzen Länge nicht. Und ich wollte jetzt im Original nicht rumschnippeln, dann fransen die Bauunzüge aus. Ja, klar. Wenn du hier einen Gashiba-Klemmer kriegst, dann hast du ein Problem. Das stimmt allerdings. Gerade auf dem Roller. Aber ich kann euch nämlich sagen, mit diesen kleinen Rädern, selbst mit einem guten Fahrwerk und so, so bei 120 fährt das nicht so toll. Okay. Ja, schade. Dieser Gastzug sollte eigentlich heute früher ankommen. Dann hätten wir jetzt nämlich diesen Roller mal so langsam in Betrieb genommen. Müssen wir leider verschieben. So, wir wollten euch trotzdem schon mal ein Video bringen, weil wenn wir eh schon mal hier sind, machen wir das so. Okay. Das heißt, als nächstes geht es weiter. Gastzug ran. Leerlauf, Teillast, ein bisschen Straße. Genau. Gucken, ob Variomatik passt. Ja. Und wenn das alles soweit passt und auf der Straße gut läuft, dann spannen wir das Ding immer auf den Prüfstand. Weil wir haben ja eine Eingangsmessung gemacht, damit wir auch mal sehen, was das Ganze gebracht hat. Die ganze Umbauaktion. Gut. Ja, geil. Wir improvisieren jetzt einfach kurz ein bisschen. Direkt hinter. Steht nämlich noch ein weiteres Projekt von Benni. Tendenziell würde ich sogar sagen, passt das Projekt fast am besten zu unserem Channel. Polo 6N. Wir gucken mal vorne rein. Gerade leider ein bisschen Trauerbild. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich weiß aber, dass es ein 1 8T ist. Genau. Das ist ein 1 8T eigentlich. Das ist eigentlich der alte Motor, mit dem bei dir alles angefangen hat. Ja. Ja, das Urgestein kann man sagen. Genau. Dieser Motor war nämlich vorher bei Benni im S3 drin. Und damit hat ja auch so eigentlich deine Tuning-Leidenschaft, sag ich jetzt mal so angefangen. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Ist dann halt nur irgendwann ausgewandert aus dem Auto und hier in das Polo-Projekt eingewandert. Ich erinnere mich noch daran, wann habt ihr dieses Auto angefangen? Ich würde sagen vor zwei Jahren oder so, ne? Vor drei Jahren würde ich sagen. Da war das ja eigentlich mehr so gedacht, die ganzen halbe Miley, wenn es ging langsam los. Und ihr wolltet halt auch mal ein, ich sag jetzt mal ein bezahlbares Auto bauen. Genau. So einfach cool mit Frontantrieb. Damals noch eine einigermaßen Serientechnik, ne? Stimmt. Also da war damals noch nicht der Motor drin. Und jetzt ist es natürlich auch ein bisschen ausgeartet nach und nach. Wie immer. Was war letzter Stand hier? Wir hatten schon gemessen mit dem Auto 800 PS. 800 PS? 800 PS. So, das heißt, das ist auf jeden Fall auch so ein richtiger Sleeper, ne? Weil wenn ihr später diesen weißen Polo 6N seht, wird man auf jeden Fall nicht mit 800 PS rechnen. Ich glaube nicht. Und das Coole ist, Benni fährt damit tatsächlich auch auf der Straße um. So eins zu eins, ne? Ja, das Ding fährt auch auf der Straße. Geil. Jetzt zur Sekunde leider Baustelle, weil Zylinderkopf ist bei Björn. Genau. Wie ihr alle mitbekommen habt. Ach so, da fällt mir jetzt eine geile Sache ein. Durch Benni bin ich übrigens zu Björn gekommen. Stimmt. Fällt mir dabei zur Sekunde ein, ne? Schon ein paar Jährchen her, ne? Genau. So, ich war früher bei einem anderen Motorenbauer. Benni war mit diesem 18T hier drin schon immer bei Björn. Und so bin ich eigentlich früher erst zu Björn gekommen. Also an der Stelle nochmal liebe Grüße Björn, wenn er es sieht. Der baut hier jetzt gerade fleißig seine Werkstatt um. Deswegen ist der Zylinderkopf auch immer noch da und nicht hier. Und ja. Aber was denkst du, sobald Kopf wieder kommt, läuft das Ding wieder? Dann läuft das Ding binnen zwei Tagen. Und dann habt ihr ja alle gehört, dass Björn eigentlich keine Zylinderköpfe mehr macht. Deswegen ist es natürlich... Aber für ihn war das Ehrensache und er hat gesagt, das ist sein eigener Ehrgeiz, dass dieser Motor wieder läuft. Ja, ja. Glaube ich. Und er hat da, sag ich mal, viel Herzblut auch reingesteckt und möchte, dass das Ding wieder läuft, ne? Auf jeden Fall auch extrem geiles Auto, weil müssen wir auf jeden Fall auch mal genauer unter die Lupe nehmen, auf jeden Fall auch mal fahren. Ich würde sagen, zum Abschluss sagst du einfach nochmal kurz die Fakten zu dem Auto. Mhm. Und dann geht's im nächsten Video weiter. Genau. Also es ist ein 6N mit Basismotor 18T, das hatten wir ja gerade. Da ist ein 6-Gang-Getriebe dran. Klar, Motor komplett verstärkt. Ist immer noch eine 1,8. Gerne wird auf 2 Liter umgebaut, ne? Wegen der Standfestigkeit und Bohrung, weil wir schon mal einen Blockriss hatten bei sowas, sind wir aber bei 1,8 Liter geblieben. Ist ein Bogwana EFR-Turbolader drauf. Ein 83,74. Ja, macht so 3,2, 3,3 bar Ladedruck. Also da ist schon richtig was los, sonst kommt die Leistung nicht, ne? Ja, das sind so die groben Ektaren. Halbe Meile, wie schnell? Ähm, leider immer mit ein bisschen Problemen gekämpft. Durchgefahren waren wir glaube ich mit 2,65. Mhm. Und deshalb ist der Kopf jetzt auch bei Björn, weil wir hatten letztes Mal leider einen Lash-Cap verloren. Mhm. Und hatten halt ein Problem, konnten leider nicht durchziehen. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, Benni sagt so nur 2,65, damit du mit einem Auto auf der Halbmeile 2,65 fährst, bist du ja definitiv so, ich sag jetzt mal so RS6, M5, Porsche Turbo. Schon irgendwo so, BMW, RS6, Mercedes und so weiter, ich würde mal tippen, so 800 PS brauchst du da schon für, ne? Ja, so ganz grob. Mindestens, ne? 8,900. Das ist schon schnell, aber das ist noch das Leistungsgewicht. So, ne? Also 2,65, man ist ein bisschen verwirrt, ist aber eigentlich schon schnell, also da muss man schon erstmal, muss man erstmal hinkommen, ne? Aber ja. Als Vergleich dazu, mein Kombi, der B7 fährt sage und schreibe 2,14. Oh krass. Okay. Da sieht man dann doch mal, wie schnell 2,65. Ja, so. Das war's für heute, denn ich muss jetzt nach Langenhagen und mein V10 vorbereiten.